Sieben Jahre lang ist Sarah Brandner die Frau an der Seite von Bastian Schweinsteiger. Doch kurz nach der Fußball-WM 2014 trennen sich der Sportler und seine Modelfreundin. Der Fußballstar ist heute glücklich mit der Ex-Tennisspielerin Anna Ivanovic verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Und Sarah? Die ist von 2015 bis 2018 mit dem Unternehmer Michael Bayer zusammen. Seitdem hält sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Doch auf dem Münchner Oktoberfest gibt es eine Regel, die den aktuellen Beziehungsstatus sichtbar für alle offenlegt. Die Schleife des Dirndls. Rechts heißt vergeben, links Single. Wir treffen Sarah auf der Madelwiesen im Schützenzelt zum Bunte.de-Interview. Und dabei fällt uns ein Detail sofort auf. Ich habe gerade gesehen, du hast eine Schleife links gebunden. Ja, genau. Links und sehr glücklich, wenn es die Frage beantwortet. Dieses Statement ist eindeutig. Die 30-Jährige ist also noch zu haben. Es darf also geflirtet werden. Und dafür ist das Oktoberfest doch wirklich der perfekte Ort.